So, herzlich willkommen zurück zu Sims 4 mit Bionalu. Ja, mein geliebter Schatz hat gerade keine Zeit mehr und deswegen schmeiß ich ja die Party. Wir wollen mal gucken, dass wir das so schnell wie möglich machen. Deswegen hab ich jetzt auf Pause geschaltet. Also, einem Gast fürs Kommen danken. Er ist ein Gast. So, dann brauchen wir Getränke. Die haben keine Bar, nicht wahr? Jedoch hier. Kaffee, sehr schön. Okay, mach das mal. So. Scheiße, keine Musikanlage haben. Hier haben die eine Bar, das schon mal. Gut. Habt ihr kein Radio? Hallo. Müssten wir mal ändern, oder? Die perfekte Party-Location hat doch was zum Tanzen. Dank deinen Gästen, bitte. So, dann sollst du Geschichten erzählen. Das machen wir auch mal. Eine dramatische Geschichte. So, Getränke bereiten. Für... 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 Sie? Ein Getränk zu bereiten für... ...die Oma. So, mal gucken, ob es schafft. Los, spute dich. Auf zu quatschen. Äh, wo bist du denn? Du sagst, du machst Getränke. So. Kind! Komm aus dem Tee! Komm her! So, ein Getränk. jetzt erzähl den leuten mal geschichten so noch eine geschichte bitte und dann machen wir noch mal kaffee ach komm schon was macht er denn erzähl irgendwas lustiges was macht er denn du musst noch zwei aufgaben machen so so Es ist ein Snor oh! Es ist ein Snor doch mit deiner Augen! Oh Gott! Lass mal noch schnell einen Kaffee. Oh, eine Silberschale. Aber wenigstens Silber. Ach Mensch, das war aber knapp. So, dann holst du die noch zu trinken und zu essen. Meine Güte. Und aufräumen kannst du ja auch mal. Ach, dieser Mensch ist anstrengend. Nee, 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 nee. Ich weiß nicht, vielleicht möchte ich den letzten Sagen, was ich aufkloben muss. Geh doch einfach auf Toilette. Kannst ja doch nicht immer einpinkeln. Meine Güte. Wenn du wasch und Zähne putzen, dann isst und trinkst du noch was. Kann nicht so schwer sein. Oh, Linus hat sich schön gemacht. So, und ich werd's dann nochmal das bestreben. Er ist jetzt wieder unter den Menschen. Dann schlag ich mal bei euch. Sehr gut. Ich muss jetzt nur noch neue Leute kennenlernen. Klar, das macht er schon. Ist was, trink was. Sehr schön. Okay. Er sagt, er braucht unbedingt Spaß. Dann üb mal ein bisschen. Orgel spielen kann auch nicht schon, ne? Und danach schicken wir ihn mal in eins dieser grandiosen Betten. Oh ja, das macht ordentlich Spaß. Wäre eigentlich cool, wenn er hier einzieht, nicht wahr? Hm. Hm, ich hab da ne Idee. Wenn wir ihn mit Lilis verkuppeln würden. Die er ja eh schon mag. Das wäre doch mal ne Idee, oder? Eigentlich ist er ja ein cooler Vampir. Wir interessieren uns jetzt mal für sie und lernen sie mal ein bisschen kennen. So, aber das reicht für heute. Er ist müde. Hier hingehen. Komm her. Du schläfst jetzt hier mal. Oh nein. Komm, du schaffst das. Geh ins Bett. Hol dich mal richtig aus. So, danach dachen wir auf Toilette. Und duschen. Und dann hab ich schon ne Idee, was Elma machen kann. Er hat ja schon wieder fast kein Geld. Angst vor Gewitter. Oh Gott. Zum Glück bin ich drinnen sicher. Wenn du da nicht duschen gehen kannst, dann geht er hin. So. Sehr schön. Ja okay. Als nächstes nimmst du dir ein Glas Wasser. Essen haben wir leider nicht mehr. Wir haben sie verkauft. Naja. Noch ein Glas Wasser und noch ein Glas Wasser und danach gehen wir nochmal auf Klo. Mach mal. Okay. Ähm. Geht's er denn schon wieder hin? Ach komm, das bringt ja nichts. Also. Kochen. Grillkäse. Mach das mal. Kann er überhaupt schon kochen? Ah, Level 2. Oh Gott ey, das kann ja nur schief gehen, oder? Komm, diesmal kein Satzstreuer rein. Uh, ist fertig. Cool. Sehr schön. Da gleich einen Kühlschrank fürs nächste Mal. Weglegen. Wenn wir uns die hier aufreißen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah. 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 Oh Gott. Ok. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hallo, da bin ich kurz wieder. Ist das nicht süß? Machen wir mal nach 15 Minuten eine kleine Pause und dann wieder in die Liste. Haben wir ja schon wieder 15 Minuten? Noch nicht ganz. Ich wollte dich bloß daran erinnern. Ich hab noch ein ganz bisschen Zeit. Und ich werde die nutzen. Wir wollen ja ein bisschen mehr, was ihr rausfindet. Oh, kreativ, gesellig und aktiv. Bis jetzt sind sie gute Freunde. Mal gucken, ob wir das noch ändern können. Oh cool, scheint zu klappen. Sehr gut, dann mach auch nicht weiter. Ah, sie soll ihn richtig mögen. Nein. Jetzt sehen wir noch 1, 2, 4. So. 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 Mysios. Ha ha ha. Oh divers. In der Zeit, warum, wir brauchen. Hö, wir werden jetzt hier. mm. Oh, äh, äh, hm. Oh, Guarma! Oh, Kim Spar. Oh, über den besten Leuten. Sie ist auf jeden Fall kreitig. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann!